Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2, ja, mittlerweile die zehnte Folge von, ja, Watschina, okay, ich hab komische Leute in meiner FL, also echt, ja, Willi, ich spiele natürlich wieder meinen Lieblingsmodus, den natürlich nicht, ich wollte den Klasseneditor und, ja, die hier habe ich übrigens auf Gold, ja. Ja, ich habe auch eine Menge neue Waffen freigeschaltet, was ich eigentlich sehr positiv finde. Ja, und statt der Sniper hier machen wir mal noch, äh, irgendeine andere Waffe rein. Ich würde ja die Scar H nochmal gerne rein machen. So, am besten noch und dann schnell zieh in den Griff. Schön mit Speck. So, mein Lieblingsmodus natürlich wieder und, ja, mal gucken, welche komischen Leute wieder heute treffen. So, Punkte Serien hätte ich nur anpassen können. Ich glaube, da habe ich noch zu niedrige drin. Ich glaube, ja, ich glaube, ja. Auf jeden Fall eine geile Map. Ich bin mit Speck hier. Boah, Gangster Hans. Die Scharfen, was haben die denn an? Waffe leer! Der Zeitplan ist in Gefahr. Oh, Gangster Hans. W.E.T.L. Das war's für ihn. Nicht irritieren lassen. Nicht irritieren lassen. Anfach nicht irritieren lassen. Nicht schlimmes. Die Beine haltet man nur, wenn mein Vater nach Hause kommt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Kraftgranate geworfen. So. 5 zu 3 ist natürlich Kacke. Aber, ja. Durch Lächert. So, dann spielen wir noch ein Ründchen in der Klasseneditor. So, zurück nochmal natürlich. Ich hoffe ich komme jetzt mit Gangsterhunt oder mit Flop als Team. Die sind, ja, ziemlich gut und ja, juhu, Flopper. So, ich hoffe mein Mikrofon übersteuert nicht, also ich hoffe es zumindest, ich sitze da wieder ziemlich nah vor und ja, ich hoffe es einfach nicht, wäre schade für die Aufnahme. Aber ich würde sie trotzdem hochladen, weil es wieder schon ziemlich spät. Ja, was heißt spät? Also für euch ist es wahrscheinlich nicht spät, aber in der Woche ist es für mich spät. Also es ist übrigens gerade, kann ich euch sagen, wer da kann jetzt Legas Nieper. Hö, egal, so, ich gucke jetzt eben, es ist 20.16 Uhr. So, wir haben den Vorteil verloren. Sch Aktuell, wechseln das Magazin. Waffen her. Ach man. Einer KD. Ja, ist die Music Slopper. Ich darf noch ein paar Jungen entspannen. Oh mein Gott. Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Das ist schlecht. Ich spiele heute auch schlecht. Irgendwie. Egal was wir immer machen. Ich komme heute von meiner Einer KD nicht runter. Ich merke schon. Ich spiele nämlich davor schon ein bisschen. Und ja. Ich komme heute nicht runter. Von vielleicht habe ich ein bisschen höher als eine Einer KD. Aber ich meine Ahnung. So. So. 1,1,1. Jetzt gleich sterbe ich erstmal. Und dann habe ich wieder eine Einer KD. Aber das ist immer so eine Sache. Das ist immer so ein bisschen höher als eine Einer KD. Das ist immer so ein bisschen höher als eine Einer KD. Ich habe dich. Jetzt kommt dann. Es ist immerhin zugekommen. Jetzt bitte zugeben. Davor. Ich habe mich. Ich habe mich. Das ist immer noch gut. Das ist immer noch nicht. Ich habe mich. Jetzt bin ich ganz gut. Ich habe mich. Barschen Mit Sicherheit Kommt doch her Kleine Das Spell müsstet ihr auf jeden Fall aufgehört haben Das nimmt mein Mikrofon auch auf Gut Gucken wir uns den Lastkill noch an Das bei mir leckt Flopper nicht Aber okay Ich weiß nicht was die alle sagen Und ich bin über eine 1er KD Also Halleluja Und ja Damit würde ich sagen das war's Und ja Dann haut da auf den Tisch Das war's Und ja